hallo ihr seid die und tina nehme ich an ja ja hallo bitte mal hier lang bitte mal hier folgen bitte bitte dem der gefangenen folgen danke alles klar so da ihr beiden schönes konziden habt macht das macht das tausend pro person und dann wünsche ich euch viel spaß und dann dürft ihr gerne hinter mir eintreten dankeschön liegt alles auf dem boden tretet ein tretet ein und dann folgt mir einfach auf die innenfläche halt stopp buffet ist noch was da wenn ihr was essen trinken wollt könnt ihr euch gerne bedienen und dann einfach nach draußen dem roten teppich folgen auf den innenbereich wie gesagt immer am buffet ran wenn ihr wollt wenn ihr was braucht nimmst euch solang es da ist ne alles klar vielen dank so wer ist hier der heißeste wer muss gelöscht werden nix zu dacke wir sind so hot alle drei das feuer muss gelöscht werden doch nicht mit der schaufel meint das ist das feuerwehrmann sam bist du feuerwehrmann sam ne ganz das ist sein zwillings bruder also ich bin schon vergeben tut mir leid das sind ja auch kein problem keine angst ja guck die hat die gleichen schuhe wie wir alle wir waren alle in den gleichen shop hallo sir so wie wir alle hallo stimmt was die quatschen können haben ach Moment ich muss ja die andere seite nehmen dann spieße ich mich auf was ist denn das für ein stäbchen hier ein ohrenstäbchen ne das ist was anderes was kann das doch willst du jetzt nicht wissen also ich glaube die batterien sind leer hafenrundfahrt gehören ja genau das ist aber wer weiß wo das schon drin steckte das ist aber tatsächlich zum reinigen nur nicht für die ohren in der wand zum beispiel zum beispiel der bleibt das ist noch harmlos zum reinigen auch nicht für die rohnen das ist ein kuschelrock ja meinst du wir können den mal anzünden das ist bestimmt lustig ja burning man der hat bestimmt genug getrunken der brennt bestimmt ja warte wir müssen ihn doch ein bisschen mit alkohol übergießen wie ein hundbeter dann oh ja das ist ne gute idee ja das ist ein lagerfeuer neben dem lagerfeuer ich hab noch ein bisschen whisky gefunden ja kipp auf da das müsste doch eigentlich brennen das ist bestimmt ich hab brennflüssigkeit geht dann auch das geht auch wir sind ja nett hier das ist wieso das wird gut steht ja an ja ich muss ja du siehst an fahrradständer da kriege ich noch er hat stelle gesagt warum wirklich also hier gibt es fahrradständer ein fahrradständer wo hat sie uns so mit so ausschritzer gesagt achso oh keine halloween party von den einhörern an hier da hinten kannst du kürbis werfen und bogen schießen so der feuerwehrmann guten tag bist du der steve ja ah richtig gut sehr schön ja dann darfst du dir einmal den köcher und den bogen überspannen ja sehr gut und wie du siehst du hast zwölf ziele auf jedes ziel muss ein feier nachher landen wenn du einen fahr fehlst darfst du gerne nochmal auf das lwc versuchen aber es wird halt pro 10 immer nur ein pfeil gefehlt ok das ist wild solltest du da wegkriegen ich hab da viel vertrauen ja du musst mir überlegen wo ich schon war und wo die war ich glaube ich mach hier vorne mal am Anfang genau die reihenfolge kannst du selber aussuchen ja warte mal einen ganz kleinen schritt noch zurück wenn du reinkommst genau gut den zählen wir aber schon mal also 10 pro zählen wir nur ein pfeil obwohl ich jetzt überdreht habe quasi zählt ja ja das lassen wir lassen wir jetzt mal weil du Feuerwehrmann bist weil du Leben rettest alles klar na denn Feuer frei so ich bin ganz aufgeregt das macht nix ich zieh wieder ab viel spaß euch hier noch ja dir auch danke danke grüßbastiv mach ich pöpö ich weiß jetzt nicht alle das erzählen du weißt ein Naturtalent ich wusste es so Leute war Konzentration ich war ein bisschen leise ihr habt es doch gewusst saures Ergebnis alle 12 getroffen sehr gut geil auch so ein bisserl in der Mitte oder so halbwegs überhaupt nicht ja doch doch das sah sehr gut aus das sah sehr gut aus war alles wertbar sehr schön super genau so jetzt nochmal kurz zur Erklärung vier Würfe hier reinhauen vier Würfe in das mittlere Schlitzfenster reinhauen vier Würfe in das obere Fenster reinhauen Bedingung muss aber an der Rückwand abprallen so dass er durch ein Bodenlugen Loch fällt und hier dann landet also wenn hier ein Kürbis liegt dann gut wenn keiner liegt kein Punkt also oben rein und dann muss er runterfallen genau da muss er runterfallen genau das sieht man aber von daher war der Wurfbusse also okay richte dir mal hier deine vier ersten Würfe hinlegen so wiem haben wir denn jetzt gehts los ja hau rein oder was der jawohl ein Punkt hektar ja genau hektar ja zwei Punkte ja ja volle vier Punkte herrlich ha ha hu es hat kaum nichts auf den Boden zack 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 knapp oh oh no ok jetzt muss hasly genau das ist ein punkt noch mal ein punkt also schön und noch einer in die goldene mitte knapp knapp aber alles ist ganz okay bis jetzt sechs punkte zu hoch sekunde da liegt um kein punkt wo ist denn da die sicher doppel wegen dem scheiß cocktail also kann ich gerne mal vorlaufen und das angucken ja das beste lauf hier links und dann siehst du musst halt so irgendwie halt an die rückwand dran werfen dass er nach unten von der physik gestrahlt gelenkt wird das gab und physik man deswegen ist ein trickshot glücks war leider rein tja schade ad aber trotzdem sechs punkte naja besser als eine gabel im arsch hier warte mal schütze rein deine pillen oh ja erstmal meine pillen oder sonst triffst du nicht nimm mal am besten gleich den ganzen blister aber ich hoffe an die bildung die qualifizierung die wird hier gedobt ja hallo du willst nicht wissen was passiert wenn sie ihre tabletten nicht und deswegen ist besser so hier davor üben ist aber illegalen auswesen schon ja wer ist der alte holzfäller hm ich kann mit meiner schaube werfen ja dann probier es doch mal alles klar challenge accepted der hat aber jetzt nicht etwa den körper ausgenommen der ja blödes fandreffer ich habe es gesehen ich bin meine action er wurde machen wir noch eine spitzhacke oh ja das kommt schon gut treffer wo geht ihr mal voll ab im tänzen du tänzen so ab der ist durchgefallen der ist durchgefallen durchfall die erholten in meinen klas cool cool also selbst selbst zwillinge jaaa wir sind zwillinge sei der erster mit mir ich ahne nicht aber da weiß ich ich halte ihn für dich muss ich über einstehen hat ihr eigentlich gesagt Ich hoffe ihr habt bis hierhin alles sehr viel Spaß. Wer mag, kann jetzt gern zum dritten Spiel mit hier rüber kommen. Zum großen Kürbis. So, hier haben wir nämlich unser großes Kürbislabyrinth. Ziel ist, möglichst schnell durch das Labyrinth zu kommen. Dazu werdet ihr einen schönen Kopfsack über das Gesicht gezogen bekommen und die Hände werden gefässelt. Dann bist du quasi blind durch das Labyrinth. Ihr dürft aber, sobald es losgeht, anfangen euch von den Fesseln zu befreien und euch dann, wenn ihr euch befreit habt, den Kopfsack runterzunehmen. Da musst du einfach F für drücken. Das wird dir dann auch angezeigt. Das haben wir halt gemacht, weil es sonst ein bisschen tricky wird, da durchzufinden. Also man kann sich da auch sehr gut drin verlaufen, auch wenn es nicht gerade allzu lang ist. Wer möchte denn den Anfang machen? Wem haben wir denn hier vorne? Gina. Die Gina. Keine Ahnung. Das sind nur kleine p-p-pöse Spielchen. So. Dann. Ja. Wenn nicht, auch mal ein bisschen nach links und rechts gehen vielleicht, dass du beim Hindernis vorbeikommst. Ja, ne, da wird es schon wieder kalt. Da wird schon wieder richtig kalt. Ja. Besser, besser, ja. Weiter. Da steht ein Hindernis. Ja, jetzt, genau, jetzt hat sie es. Jetzt bist du vorbei. Ah. Sehr schön. Ja, jetzt ist es ein bisschen tricky hier. Und? Ah. Wer hat es ein Schild gefunden? Was könnte denn da draufstehen? Oh, gar keine Ahnung. Ja. Okay. Da steht Sackgasse. Sackgasse. Super. Sackgasse. Super. Sackgasse. Was haben wir denn da? Umdrehen. Ah, okay. Ich hab's geschafft. Und da ist sie raus. Perfekt. Super. Sehr schön. Sehr schön. Damit bist du die Erste, die ihr unseren Labyrinth gemeistert hast. Dem nur. Jetzt haben wir den Stevie als nächstes, ja. Schönen guten Tag. Sehr gut. Ähm. Einmal umdrehen, bitte. Ja. Sehr schön. Kurz stillhalten. Oh, sorry. Geh mal noch einen Schritt nach vorne. Ich glaub, das lütte hier so nichts. So, sollte es passen. Und nochmal F4, bitte. Hm. Und alt dazu, oder? Bloß F4. Ein, einfach nicht. Einfach entspannen. Es genießen. Achso. Mach ich. Sehr schön. So. Dann zieh ich mal das Säckchen in den Kopf. Jetzt wird's gleich dunkel. Ach, du kriegst es ja nicht zu. Sehr gornig. Das kommt schon noch. So, ich mach dir jetzt einmal die Tür auf. Dann kannst du einen Schritt nach vorne gehen. Und sobald ich hier das Signal gebe, kannst du noch losgehen. Hm. Bist du bereit? Bereit. Auf die Plätze, fertig und los. Und jetzt darfst du auch die Fesseln dann lösen. So. Okay. Na. Wie eine Maus im Labyrinth. Hm, da riecht aber einer Käse. Äh. Aha. Wo geht's denn lang? Guck mal, da steht ein Chill. Kannst du das lesen? Dankeschön. Äh. Socken. Was? Sackgasse. 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 Hä? Was ist das? Was ist das? Na du, jetzt hab ich ihn verloren. Sackgasse. Sackgasse. Hä? Hier lang. Ah, da könnte es vielleicht was werden. Mal schauen. Hier. Hier soll es rausgehen. Man kann auch springen, ne? Also nur mal so nebenbei. So, springen. Ist schon frei? Ja, vielleicht kannst du da rüberspringen, wo du gerade warst. Ja, da hast du. Das geht nicht. Ich bin zu unerholt. Hä? Weil ich meine Hände noch in die frei habe bestimmt. Ich nicht. Nee, du könntest da auch mit Kopfsack drüberspringen. Aber du bist grad ziemlich aus der Puste, kann das sein? Ja. Dann erhol dich mal einen Moment. Lass dir Zeit. Genieß die Atmosphäre. Das geht nicht weg. Ich muss mal die Fesseln früh wegbekommen. So, dann kannst du auch den Kopfsack abnehmen. Ähm, ähm. Genau. So, jetzt sollte es doch einfacher werden. Ich komm dir rüber. Kannst du immer noch nicht springen? Hier. Nee, das geht nicht. Ah, da. Jetzt, da ist er doch. Perfekt. Ihr könnt aber auch gerne, wenn ihr erst mal wollt, was essen und trinken. Wo ist er denn jetzt? Ich komm hier nicht rüber. Ja. Mein Spielpack. Vielleicht findest du noch einen anderen Weg. Wie ist das dein scheiß Ernst? Ich weiß es nicht. Ich bin da im Chef, ich bin mir. Aber es sieht gut aus. Gleich hast du es geschafft. Mein Lass, das geht nicht. Oh, sorry. Ich komm kurz weg. Sonst leg dich vielleicht einen kurzen Moment hin. Jetzt. Ah, jetzt kann er springen. Sehr gut. Ah. Ist er raus? Mhm. Jetzt. Perfekt. Ganz knapp. Ganz knapp langsamer wie deine Frau. Gibt es doch nicht. Ja. Nein, ich springen konnte das mal ungefähr. Ich wollte gerade sagen, wenn du die Springprobleme nicht gehabt hättest, dann hättest du Na gut. Aber gut. Cool ist er. Oha. 179 Prozent Kalorien hab ich. Geht gar nicht. Und 225 Kohlenhydrate. Ach du Scheiße. Chewabchichi ist übelst böse. Und Schokoladenrolate. Ganz schön zugeschlagen, hä? Na ja, wenn es umsonst ist. Ich hab aber auch zu viel gegessen. Ja, was ist hier los? Schmeckt gut. Müde bin ich. Die essen hier irgendwas. Ich möchte aber meine Tabletten nicht mehr nehmen. Ja, das ist aber... Das musst du. Sonst schiebe ich sie dir unter. So, was gibt's hier noch alles? Aha. Ganz viele leckere Sachen. Herr Feuerwehrmann. Mhm. Ähm. Was ist denn, wenn man sie mal löschen muss? Äh. Wer macht das denn? Wer löscht sie denn? Weil sie sind so hot. Nice. Tschüss. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.